Es ist relativ einfach, nach mehr Demokratie zu rufen, aber sich dann mit den Details zu beschäftigen, mit genauen Instrumenten, Abläufen, Entscheidungsverfahren, mehr Informationen über Varianten zu kriegen, ist sehr hilfreich. Also Prozessinput fantastisch. Das Thema ist ja auch für mich ein Lobung gewesen. Es ist, ich kann eigentlich nur Lob spenden. Dafür, dass ich halt im Prinzip nicht wusste, was überhaupt jetzt hier so eine Phase ist, war das ziemlich gut organisiert. Also ich habe mich sofort zurechtgefunden. Also die inhaltlichen Inputs, die waren schon mal sehr wertvoll, damit man erstmal einen gewissen Informationsstand hatte. Ich fand es sehr gut. Also ich mochte vor allem das, dass man immer einen Input bekommen hat und dann dazu direkt diskutieren konnte. Super, also total mega, also echt. Sowohl der Umgang als auch die Umsetzung haben mich überzeugt. Ich habe mich ernst genommen gefühlt. Immer wieder diese Tische zu mischen und immer wieder in andere Gruppen zu gehen, immer wieder andere Leute kennenzulernen, immer wieder die eigenen Argumente zu prüfen und so. Das war schon echt spannend. Also ich fand es toll. Und es hat mich auch beflügelt, dass ich mich jetzt doch noch mehr einbringe, doch noch mehr Nachfrage, doch noch mehr mich engagieren kann. Jetzt, am zweiten Wochenende vor allem ist mir aufgefallen, wie sehr doch irgendwo so ein gemeinsamer Konsens herrscht. Wir waren alle unbescholtene Bürger, die vorher mit einem nichtsahnenden Gefühl reingegangen sind und wir gehen mit einem sehr guten Gefühl, glaube ich, alle raus. Es war ein Experiment. Dieses Experiment ist geglückt und das ist ihr Verdienst. Und sie haben bewiesen, dass das Instrument Bürgerrat für die Weiterentwicklung der Demokratie etwas Taugliches ist. Jeder hofft natürlich, dass das nicht in irgendeiner Schublade von einem Ministerialdirigenten verschwindet. Nach dem Motto, da haben wir mal was Vernünftiges getan und die Demokratie ein Stück vorangebracht, das ist es natürlich nicht. Das kann nur ein Anfang sein. Dass die Politiker wirklich sehen, hey, das ist eine tolle Idee und die Leute stehen zu guten Teilen dahinter. Dass es keine einmalige Sache bleibt. Dass ein Bürgerrat auf jeden Fall implementiert wird. Es wäre eigentlich zu wünschen, dass viele aus der Bevölkerung diese Erfahrung machen könnten. Natürlich wäre ich direkt wieder mit dabei. Dann hat es mir super gut gefallen. Würde ich jederzeit nochmal machen. Wenn man jetzt sehr groß denkt, glaube ich, ist Klimapolitik sehr ein wichtiges Thema. Was uns allen so voll auf dem Lippen liegt, ist das Klima. Bildung und Kinderbetreuung. Die Rente. Atomkraftwerke. Klimaschutz. Klimaschutz. Auf jeden Fall Klimaschutz. Weil ich glaube, da ist die Bevölkerung der Politik weit voraus und würde entscheidend wichtigere, also dringendere Pakete schnüren, als das die Politik jetzt gemacht hat. Wir brauchen die Wasserrecken im Leben sowie älter universally zuerst auf Formik Túl. Wir brauchen die richtige richtige Musik zu systemen.